Wie man sehen kann, diese Tapioca-Perlen schwimmen jetzt tatsächlich oben, was auch so sein soll. Und jetzt machen wir die Temperatur einfach ein bisschen runter. Der Schwarztee ist mittlerweile auch richtig dunkel geworden. Leute, das sieht irgendwie ein bisschen aus wie Kaninchenkötte. In der Zwischenzeit versuche ich jetzt schon mal diesen Zuckersirup herzustellen und ich habe keine Ahnung, wie Zuckersirup funktioniert. Da muss jetzt irgendwie... Oh mein Gott, das wäre fast hingefallen. Was ich sagen wollte, da muss jetzt halt der Zucker rein. Ich habe keine Ahnung, wie viel. Ist das zu viel? Wahrscheinlich. Ach scheiße, was kann ich eigentlich? Nee. Okay, ich glaube, ich bin dumm. Ich glaube, da muss noch viel, 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 viel mehr rein. Nein, oder? Ich habe doch keine Ahnung. Und meine Bubbles stelle ich jetzt auch auf aus.